Eine neue 4-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln. Die Immobilie wurde 2014 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und zwei Parkplätze. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 129 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1760 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF, 2020